So Leute, da ist er wieder. Nachdem die mir die Karre unterm Arsch weggeschossen haben, ist dummerweise auch das Spiel abgestürzt. Deswegen musste ich erst einmal aufhören. Und wir machen jetzt hier am letzten Speicherstand weiter. Gerade habe ich noch ein paar Ruys angegriffen, die habe ich schnell noch platt gemacht. So, jetzt werden wir uns erst einmal um dieses Gesindel hier von überall kümmern. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal verschieben können. Dann nehmen wir da auch noch eine Hütte. Oh, die Karre gehört. Jetzt knarre ich mich die Karre. So, jetzt werden wir erst einmal aussteigen. So, bevor ich hier... Ah, der Betrieb ist ja immer. Jetzt wollen wir dann ständige Sachen, die wir mit mir machen wollen. Ah, da ist er hier. So, du schießt nicht mehr auf mich die Seichen voran. Kann ja aber nicht wahr sein. Ich denke, ich binne. Schießen die mit die Karre nur am Arsch weg. So, wenn ihr hier... So, wenn ihr hier... So, wo war jetzt das? Ich dachte, was die oben geschritten hat. Aha! Das waren die Seichenvögel. So. 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 Nowhere. So. 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 So, was gibt es hier noch Schönes? Ja, ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen, auch bei dem Spiel. Schäle. Wieder werfen. Was ist das hier? Schrotflinder. Schrotflinder, ja, eigentlich noch nicht, später macht die sich ganz gut, wenn diese Viehster da so auftauchen, indem wir es da zu tun kriegen, aber im Moment reicht eigentlich das, was ich hier hab. Haben die das zusammengebombt, oder war ich das mit meinen MG? Das muss jemand anderes gewesen sein. Soll ich nicht eigentlich eine Musizierung, 250 Schuss? Oh nein, das war ich definitiv nicht. Da ist irgendwie eine Bombe reingefallen, würde ich sagen. Ach, das war, was da vorhin gesagt hat, hier Straßensperre und äh, was haben wir hier noch? Ah, meine, aber ist also auch voll. Das war nett. Soll ich hier bis 10 Schuss, dann sind das noch hinten. Hier sind wir ganz voll. So. Äh, wir sollen ja, quatsch. Wir sollen ja hier runter, was sollen wir eigentlich machen? Oh, ja. Haben die auch einen Anweis? Ah, ja. Äh, papapapapa. Rücken sie zum Strandressort vor und neutralisieren sie die KVA-Basis. Aha. Also sollen wir die koreanische Volksarme jetzt ein bisschen bleiben. Und das mit dem kaputten Auto. So, ja, so nichts besser ist für mich. Oh, hier. Aber fast. Das ist ja auch noch schnell abgeräumt. So. Bitte wenden. Ah, bei jedem, bei jedem Tipps, da an irgendein, ach, geht hier nicht weiter mit dem Ding. Na, okay. Oder? Hahaha. Okay. Bevor die KVA explodiert. So. Kann ich den Helikopter orten? Ich orte überhaupt niemanden mehr. Ach, wie? Wir haben ein Fernblas. Fällt mir gerade auf. Okay. Sierra 2 hat uns Bilder des Ziels geschickt. Es ist ein abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Die KVA benutzt solche Behälter für den Transport von Atomsprengköpfen. Jetzt haben wir ein Problem. Also das Ziel mit dem Zielfernrohr. So. Da tut er ganz schöne Lecken. Muss ich gerade feststellen. So. Oh, ist weg. Zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Das brauchst du so einfach in seinem jugendlichen Leicht. So nähern wir sich. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Ach scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Wird doch schön. Viel Fein. Viel Ehr. Wieso versaut? Ist doch nicht versaut. Oh. Wie ist das? Oh. 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 Was schief tut mich hier? Oh. Schießen hier. Das war nicht mehr. Oh. Jetzt muss ich mich auch zerdinisieren hier. Oh. Oh. Wie rennt denn da nur zu viel langsam? Jetzt mache ich mich erstmal hier vom Acker. Oh. Hier die Ecke ist ganz gut. Okay. So. Jetzt kommt zu Daddy. Willst du nicht? Oh. Wo war dieser solchen Vogel gerade hier? Oh. 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 So. Der fluttert hier. Ist schön. Wenn der rumfluttert. Okay. Wo ist das denn oben? Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn so lang? Wo geht's denn hier hin? Oh. Dick nicht. Wenn er heißt die kritisch gerade zu den Nulli. Aha. Maximal Panzerung ist gut. So. Ich gehe mal in den Untergang. Okay. Vor allem will ich mal nachladen. Gott. Was war das jetzt? Ne Quatsch das war jetzt... Hier war es nicht. Doch. Hier war das. Äääh. So, ich will hier nur ein Reflex haben. Ja, das geht schneller. Ja, dann braucht er eine Wacht zum Anlegen hier. So, jetzt diskutieren wir das noch mal aus, Kaläsche hier. Mit denen wir irgendwelche Läscher verfassen wollen. Wer doch was schießt. Wer doch was schießt hier auf mich. Däubiger? Ja, wirklich. Tarnfeld aktiviert. Ich glaube, mit dem Riebel hat er jetzt gerade hier auf mich geschossen. Braucht nicht Erfolge. Könnte wohl nicht was sein. Oh, oh. Wer schießt. Mehrere KVA Trucks nähern sich dem Stand. Okay, freuen wir uns mal hier in so eine Hütte. Das kann ich nämlich auch schließen. Okay. So. So, Sumonio. Na. Törb, du Hund. So, jetzt da. Ander Strand. Oh, es sind ja viele Feinde hier. Wo sind die ganzen Feinde? Ich sehe hier auf der Map. Einiges an Feinden rumschmaudeln. Oh, die haben schon gar nicht mehr wie es aussieht. So, kommen wir mal zwei Runden. Und jetzt schritt hier und das mal aus. Du Riebel. Hehehe. Sind wir los, ne? Jetzt ist der Tisch gekommen. Ich greife das Bootshaus an. Geh in Deckung. Und ich greife auch schon viel Riebel hier an. Ui, dann läppern wir noch nach vorne. Jetzt unsere Geschichte. Okay. Warten wir jetzt zurück. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich weiß schon, ob es noch 50% da kam. Mal sehen, ob wir uns was Neues besorgen können hier. So. Na, schlottelt hier noch an. Wann ist das hier eigentlich? Okay. Was war dort? Einfach, mein Auto ist kaputt getrottelt. So. Kappen schießen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? So. Da hätte ich mir noch mal die Zigarette ausmachen. Das ist auch gar nicht gut vor heute. So. Oh, jetzt habe ich mir den Arsch weggeschossen. Hoffentlich schloss ich mich wieder ab. Oh, das war natürlich maßenlos blöde. Ich glaube, ich bleibe doch zu Fuß unterwegs. Äh... Okay. Zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. So, da muss man ja auch stecken. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör wird das ganze verdammte Ressort. Wollen wir mal F hier. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Oh, gut. Die... Die mit auf Länge braucht das auch. Muss auch. Zwei... Und... Okay. Du hast es versaut. Wir haben Verstärkung gerufen. So, ist doch langsam mal durch. Über Step. Hehehe. Wolle nichts, ne? Aber wo war es noch einmal gewesen? Ich habe ihn gesehen. Da war auch noch einer. Ja, fein gesichtet hast du recht, mein Freund. Ich habe dich auch gesichtet. So, ich lasse das diesmal hier. Mehrere KVA Trucks nähern sich dem Stand. Ja, meine Teilen. Da kacke ich doch drauf. O'Neill, hör zu. Ich habe nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay. Warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Okay. An der Strand beißt ein großes Sprengstofflager. Aber die muss ja auch immer sein. Ich stehe hier auf was Rotes. Nämlich. Oh, scheiße. Hier sind ich noch immer. Was ist denn zuhause? Ey, da flattert eine Hubschrauber irgendwo rum. Da haben die eine Macke. Geschenk von Onkel Sam. Ja, da will sie sterben. Zieh die Köpfe ein. Da sterbst du langsam mal in der Brücke. Da muss ich jetzt nicht woher kommen. Da hat es gerätselt. Wie kommt denn das mal her? Ja. So. Was ist denn das denn hier? Ich habe bestimmt was zu holen, oder? Jetzt gehen wir mal rein. Ich hole mir das Restaurant! Volle Deckung! Na ja, holt ja lieber mal diesen Vogel. Da habe ich nur Luft rumflattert. Da ist gar nichts drinne. Da ist doch Sitten hier. Mienenähen. Ja, das ist auch nicht hier. Ich weiß auch, was das gut ist. Warum scheiße? Warum scheiße? Was schiebt hier auf mich? Wir haben einen Deckel. Wir haben uns ja auch zusammengemacht. Wir hatten ja gerade frisch geschossen. Hier irgendwie sehe ich rechts und links. Ich fahre mal. Das ist doch gar nichts. Ich kehre oder was? Da drüben. Immer mehr. So. Na auf jeden Fall haben wir hier den... Oh, ganz da hinten ist eh noch. Hehehe. Ich kann nicht ins Schießen machen. Na. Komm. Mach ich dein Kollege. Und fahre ich. Um. Oh. Fein. Fein. Sag mal. Du kannst ja nicht hinterher auf den Strauch schießen. Vor Ort. Okay. Da macht auch kein Pups mehr der Kollege. So. Erchen. Ah. Hier ist noch einer. Ja. Da drüben ist er. Der Bese. Bese. Onkel. Woher sind wer hier? Da rumspielte. So. Das ist ein Päschle. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig wo ich hin soll. Gucken wir mal auf die Matte. Oh, wir sind nicht so richtig rum. Ähm. Uh. Oh, die Fleischhund ist rund um mich. Damit klärten wir es halt alles noch einander. Der BMT auf der Straße ist noch aktiv. Oh, doch. Was schiebt jetzt gerade nicht. Oh, jetzt schiebt doch ganz hässlich ein Fahrzeug leider. Oh, das muss man einfach wo ist. Noch ein Lernen, Kollege. Oh ne, ich schieb rund. stiften hier rückleid steht wird nicht geflüchtet wo steckt er sich in der kreppel steckt er sich in der kreppel steht hier oder steht nicht in der kreppel gug gug bist du ich leite noch das kann es nicht sein das kann ich mal oh meine kreppel gucken ob es passiert ich will da hinten ich will ja noch stiften gehen in der strandbar sind immer noch kvr Einheiten das muss ja drüben sein wie es aussieht aber er hat er jetzt gerade jemand umgemotzt oder oder da sind hier hinten drin ich weiß nicht ob man gebrauchen kann große toge Hühner Koffer mit nichts na ok was knippelt hier immer noch blibbl irgendjemand ist hier noch ach genau da da oder ich will ein G ok so ich mag sie aus der mittleren Maustaste mit Panasen umschmeißen. So, und mal gucken, ob dieser Kürbchen Bart da noch umhängt und ummotzen will hier. Ist eh voll. Ist eigentlich voll geladet noch. Ne, ist nicht mehr so gut mir. Okay. Haben wir ein Tier? Okay, haben wir. Wo habe ich denn jetzt eigentlich diese? Ne, die will ich nicht. Ah, die ist ja. Falls wir eben auf Tümmel tanken kommen, wenn ich hier rummotzen möchte. Oh, was beschließt mich hier? Oh, das hält mich, beschließt er mich. Was ist denn das? Was war das denn gerade? Mag mal oder was? Wow. Das ist dieser, das ist dieser BMP, ja? Der hier rummotzt. Ne, ich will die haben. Ne, die will ich auch nicht haben. Ich will die haben. Ne, ich will die haben. Ne, ich will die hier. Rotze, dirken. Wo ist denn dieser scheiß BMP oder was? Was? Knettert mich hier gerade so. Krabben waren das bestimmt nicht. Die schießen mich. Das ist sowieso nicht so heftig. Wow. Oh, da oben. Oh, da weg hier. So, was ist ja, brauchen wir das hier? Ne. Wollen wir mal das hier? Haben wir hier irgendwo mal... Was ist denn Munition? Hatten wir nicht gesagt, hier wäre Munition? Ah, was ist denn hier mein Sohn? Kontrollpunkt erreicht. Auf, soll ich jetzt wegschließen? Oh, da war's doch. Da ist aber, da ist aber ergerlich hier. Wo ist er? Der Strand ist immer noch heiß. Jaja. Gleich wird's dem heiß hier. Wo ist der Bofel? Ah, da hinten ist er irgendwo. Du ziehst auf, 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 um, 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 um. Vielleicht muss man hier schon wieder nach oben sehen? Ach, jetzt mach doch mal. Ja, so ist gut. So, wo ist jetzt der Rüppel? Gann, das ist so gut. Oh, da muss er vorreiben. Da ist er auch verfolgt. Ja. Oh, da sieht er vor. Arbeitszeiger. Ich denke, wir sind hier fertig. Der schießt nicht mehr auf. Auf mich tatsächlich schon vorher. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich abgelegt gehabt? Drei Bandits in Sicht. Kurs 150. Höhe 25. 450 rechts. Die haben mich. Leite Gegenmaßnahmen ein. Eine Rechtsart. Komm schon, komm schon. Rollen nach links. Ich versuche sie abzuschütteln. Scheiße. Ich bin getroffen. Linkes Triebwerk. Sierra 2 hat's erwischt. Ich wiederhole. Sierra 2 hat's erwischt.